Alli hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Outlaws Dankenswerter Walter, verfügung gestellt durch Ubisoft Wir sind hier noch in der Anlage vom Imperium und wollen hier natürlich noch zwei Schätzchen finden Jetzt ist halt die Frage, wo die restlichen Kisten und so sind Versuchen wir uns hier mal noch weiter umzuschauen Äh, ist dasselbe nur oben? So Hier waren wir schon Dann gehen wir doch mal hier oben drüber So, wunderbar Können wir den hier noch hacken So, wunderbar, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, ne? So, Kameras deaktivieren, Sicherheitstür öffnen Wieso stehst du so auf? Alarmiert hier rum Alarmiert hier rum Unsere Hände müssen wehtun, äh Wir wollen da rüber, weil da ist der nächste... Alarm Hm? 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 Hä? Richtig Zentrale, wir haben ein Problem Verstanden, erledigen sie sie, Gewalteinsatz ist autorisiert Sie lassen einfach nicht nach Sie hören nicht auf An alle Einheiten, die Flüchtige stellt eine große Bedrohung dar Sie haben volle Befugnis bei sich zu verlaufen zu töten Das wird mir viel zu heiß Das wird mir viel zu heiß Was ist da los? Sicher den Verein Haltet die Position Feuer! Der Todesdruppler ist gelandet Bleiben sie wo sie sind und kommen sie ihn nicht in die Quere Ich rufe Verstärkung Haltet die Position Ich löse der Alarm aus Zieh Person in sich Lade für das Feuer Höchst! Der Gegner gekauft! Vorsicht! Schnappt sie euch! Auch bitte! Wir machen, wir sabotieren das hier nämlich noch nicht Vorwärts! Nichts! Alles klar! Das wird gleich laut Nichts! Ich brauche die Fruchtartung nach! Halten sie! Sie ist weg! Zentrale, wir haben die Spur der Flüchtenden verloren Sie muss eliminiert werden! Setzen sie die Suche fort! Hier lang! Nicht zurückweichen! Durchkämpft das Gebiet! Jawoll! Wir haben sie verloren! Formieren wir uns neu! Entspannt euch! Es ist vorbei! Sie kann nicht weit sein! Was war das? Was war das? Ach egal! Abrücken! An alle Einheiten! Die Flüchtige wurde bei den heulenden Streifenfällen gesichtet! Rücken sie vor und neutralisieren sie sie! Siehst du was? Nichts Verdächtiges! Achtung! An alle Einheiten! Eine Kriminelle auf der Flucht bewegt sich durch ihren Sektor! Weitersuchen! Sie muss eliminiert werden! Zurück zum ursprünglichen Posten! Oh! Wie war das? Kann ich hier runter? Ohne dass der mich sieht! Was war das? An alle Einheiten! Eine gefährliche Kriminelle ist in ihrem Sektor aktiv! Sobald sie sie finden, sofort erschießen! Was ist das für ein Ding? Hey, zisch ab! hier will ich rein dann los richtig gut die nächste kiste will nämlich nur noch eine danach das kann ich hier machen credits na klar römer Da hinten stehen zwei, da geht einer. Verstanden, halte Augen und Ohren offen. Schatt mal, hier sind noch mal Daten, die haben wir vorher übersehen. Ein Schatz fehlt mir hier noch. Wo könnte der sein? Was war das? Die sehen uns nix. Schnapp sie die nix. Hey, Luke, hey! Oh! 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 Hier kam ich ja nicht raus, ne? Verstanden. Wir passen auf. Er kann ja eigentlich nur hier drüben irgendwo sein. Hier haben wir schon drei. Hier können wir noch hoch. Das hatte ich vorher gesehen, aber hat mir nicht gebraucht. Ja. Wir erhalten Meldungen, dass sich die gesuchte Person bei den heulenden Streifenfällen aufhält. Rücken Sie schnell zum Bereich vor und neutralisieren Sie sie. Nix. Jag das hoch. Nix. Weiß jemand, was das ist? Was war das? Ich kann nichts entdecken. Nichts. Schalt den Alarm ab, ja? Mhm. Uns wurde eine gefährliche Kriminelle in Ihrer Nähe gemeldet. Suchen Sie weiter. Sie darf uns nicht entkommen. Das war wohl nichts. Wer kann das sabotieren? Das ist ja Gold wert. Da ist nichts. Was ist das? Zurück zum ursprünglichen Posten. An alle Einheiten, aufgepasst! Eine bewaffnete gefährliche Kriminelle ist in Ihrem Sektor unterwegs. Durchsuchen Sie den Bereich und erledigen Sie sie. Entwarnung! Feuchte Schocksposition! Was soll denn das sein? Da können wir noch rein. Das heißt aber, ich habe jetzt aus Versehen vorne den Alarm eben noch nicht deaktiviert. Hmm. Hm… Hey, du gehörst hier nicht hin. Ist jemand in der Nähe? Sie ist sicher nicht der hellste Stern in der Galaxie. War sicher nichts. Ich habe doch keine Paranoia. War doch nichts. Wir sind hier fertig. Bitte, ihr seid hier fertig. Jetzt kann die da schon wieder Alarm auslösen. Ich flippe aus. Stimmt, das habe ich vorher. Sie ist in Deckung. Ich schaue es doch noch mal hier draußen. Daran, sie ist weg. Sichert den Bereich. Ach, komm schon. Es kommt keiner davon. Sehr wohl. Schlechte Nachrichtensanfrage. Sie ist weg. Suchen Sie weiter. Sie ist zu gefährlich. Irgendwo hier könnte ja wahrscheinlich auch sein. Das gibt es nicht, dass ich immer den letzten nicht finde. Wir haben sie verloren. Die Gesuchte wurde bei den heulenden Streifenfällen gesehen. Rücken Sie zum Bereich vor und eliminieren Sie sie. Macht das Terminal kaputt, Nix. So, dann machen wir den letzten Alarm kaputt. Dann können wir hier nämlich ein bisschen Rambazamba machen. Der ist so süß, der Nix. Ach der Schei. Die Luft ist rein. In Deckung. An alle Einheiten. Eine sehr gefährliche Selle in ihrem Bereich gemeldet. Weitersuchen. Sie machen es gegen die Selle. Wir sitzen fest. Detonator fliegt. Zum Angriff. Gut gemacht. Habt das Ziel gewonnen. Halten Sie los. Hey, wie habt ihr? Kann mich jetzt geben, ein Turn. Ah, hier geht's. Bin ich denn? Jetzt haben wir noch mal da oben, haben wir wieder die ganze Folge hier und suchen nur nach diesem letzten, dieser letzten Truhe, weil hier oben haben wir ja schon eine. Hm. Achtung, die Flüchtende wurde bei den heulenden Streifenfällen gesehen. Handeln Sie schnell und nehmen Sie sie fest. Siehst du was? Kerv, die sehen uns! Feuer, das ist sie! Bereit zu feiern! Sicher sind bei euch! Können wir das Ding fahren? Feuer, Feuer! Auf geht's! Dann sind Sie die Wunde raus! Das ist unsere Kanone! So, jetzt haben wir hier aber alles. Nix! Nix! Den Hebel! Genau, was ich wollte! Halt das unten nix! Halt dich fest nix! Eieieiei! 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 Es war ein langer Weg aus einem Arbeiterviertelkumpel. Eieieiei, die sind jetzt ganz schön auf den Fersen hier. Eieieieiei. Da unten waren wir jetzt zu viel los, das heißt wir gehen hier wieder her. Hm, dann erreichen wir doch mal das alte Schiffswrack. Geschafft! Hey, ich glaube ich bin in einer Art Tunnel. Darüber kommst du zum Wrack. Der einzige Weg hindurch ist mit dieser Gleitermott. Das war wunderbar. Da einmal durch hier. So weit weg. An alle Einheiten, die Flüchtende befindet sich in ihrem Sektor. Sie ist extrem gefährlich. Wacker, ich bin da. Was jetzt? Also gut, installier den Energiekern und bearbeite ihn mit deinem Ionenblastermodul. Damit sollte die Tür einfach aufgehen. Der Kern kommt wohl hier hin? Hier hin, ja. Aber das machen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi. Vielen Dank.